Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Webseam Investigation. Ich bin der Simon, das ist der Horst und ihr wundert euch bitte nicht, dass hier ein Mikro hängt. Ich nehme das erste Mal so richtig mit der Webcam auf und das Mikro, was da drin ist, ist leider ziemlich scheiße. Ich hoffe, das funktioniert hier alles. Ich hoffe auch, Ton und Bild sind so halbwegs synchron. Ich hatte da bei den ersten Versuchen so ein bisschen Probleme. Wenn es da irgendwie jetzt auffällt, dann sagt bitte Bescheid. Thema heute ist die Frau Mordler, die Bundesdrogenbeauftragte, hat vor zwei Tagen in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur ihr Leid geklagt, dass die Ausweitung der Werbeverbote noch nicht da ist. Da sind auch E-Zigaretten mit betroffen, unter anderem. Da geht es also um Kinowerbung, Außenwerbung, Plakatwerbung und so weiter. Und es war so, dass letztes Jahr im April oder Ende März sich Frau Merkel mit ihren Ministern hingesetzt hat, also das Kabinett, das Regierungskabinett hat sich hingesetzt, hat gesagt, wir würden das gerne machen. Dann war das im Verlauf eines Jahres zweimal auf der Tagesordnung des Bundestages und das zweimal überhaupt erst nicht verhandelt worden, weil sich da schon intern Widerstand regte. Und sowohl in der CDU, CSU als auch in der SPD und zwar aus dem Wirtschaftsflügel, weil das Ganze würde einen großen finanziellen Schaden für die Werbewirtschaft und die Kommunen bedeuten. Ja, da steckt einfach eine Menge Geld drin und die Kommunen brauchen das. Die vermieten halt Werbeflächen, die sind auf das Geld entsprechend angewiesen. Und jetzt sagt man halt, Moment mal, wir haben rückläufige Zahlen bei den Tabaknutzern, also bei Rauchern und entsprechend macht das wenig Sinn, jetzt da einem großen Wirtschaftszweig einen Millionenschaden zuzufügen. Und da waren mal so Zahlen im Gespräch von 95 Millionen Schaden, was das halt verursachen könnte, das entsprechende Werbeverbot. Wie alle wissen es, überall ist Plakatwerbung und mit Masse ist das eben Tabak. Da steckt also ordentlich viel Geld drin. Warum ich das nochmal aufgreife, ist folgendes, es ist dazu normalerweise gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe im letzten Jahr, am 20. April 2016, ein Video dazu gemacht. Guckt übrigens mal, wie fett ich damals noch war. Ja, so im Vergleich, das Gesicht schön rund. Und habe das damals erklärt, was da noch alles in der Pipeline ist, was sich noch alles ändern soll. Und ab ungefähr Minute 21 beschäftige ich mich auch mit diesem Änderungsentwurf für das Tabakerzeugungsgesetz, wo es dann unter anderem um die Werbeverbote geht. Und ich greife das deswegen hier nochmal auf, weil in diesem Entwurf noch sehr viel mehr drin steht. Das wird im Moment gerne vergessen, wenn man über das Interview von Frau Mordler redet. Da ist aber tatsächlich noch sehr viel mehr drin. Zum Beispiel Ausspielverbot bei Gewinnspielen, zum Beispiel die Gleichsetzung Nikotinfrei und Nikotinhaltig, was damals Riesenaufruhe gegeben hat, das ist sehr emotional diskutiert worden. Und der IGD hat also eine Meinung formuliert. Und dann gab es Blogger, die dagegen geschossen haben. Und irgendwann hat man sich da regelrecht öffentlich mit Scheiße beworfen. Und das ist halt sehr, sehr heiß diskutiert worden. Unterm Strich ist das bis jetzt halt noch, sag ich mal, auch nicht weiter diskutiert worden. Aber damals ist das halt ziemlich hochgekocht. Ich würde in der Rückschau immer noch sagen, das ist auch nur, um eine entsprechende zukünftige Besteuerung vorzubereiten, um da alles einheitlich zu formulieren, damit man da nur noch auf eine zentrale Stelle verweisen muss im Gesetz. Aber wie gesagt, schaut man das Video rein, kleiner Hinweis noch dazu. Und zwar damals war die erste Verlautbarung auf der Bundespressekonferenz, dass die gesamte Außenwerbung verboten werden soll. Das hätte also auch Schaufenster betroffen. Dann kam so zwei Monate später, glaube ich, ungefähr der Gesetzentwurf tatsächlich. Den gab es am Anfang noch nicht in Textform. Und da hat man jetzt Schaufenster ausgenommen. Man hat also generell gesagt, die Außenfassaden von Fachgeschäften sind nicht von den Werbeverboten umfasst. Das heißt, ich sage im Video noch, Schaufenster ist vorbei, weil das damals der Stand war. Das hat sich dann noch geändert. Ich vermute, dass das bereits ein Ausfluss aus diesem internen Widerstand war in den entsprechenden Regierungsparteien. Ja, guckt da ruhig nochmal rein. Und dann möchte ich noch gerne auf hinweisen, es gab einen recht guten Artikel jetzt von E-Garage zu dem ganzen Thema, also zu dem Interview mit Frau Mortler, die also gesagt haben, die Zeit wird langsam eng, das vor der Bundestagswahl noch entsprechend in den Bundestag zu bekommen. Und das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig. Ich denke auch nicht, dass das vor der Bundestagswahl noch passiert, gerade weil viele wichtigere Dinge anstehen. Und da, ich sage mal, auf eine Abstimmung, wo ein Teil der eigenen Leute ausschert, hat da jetzt keiner so richtig Lust. Also dem Fazit würde ich mich da voll anschließen. Das ist bis auf Weiteres immer noch nicht absehbar, wann diese Ausweitung mal kommen wird. Und wie es dann nach der Wahl aussieht, da müssen wir erst mal gucken, wer dann in der Regierung sitzt, wer mit wem regiert und wie wir es dann sehen. Das ist also auch noch völlig offen. Ja, ich hoffe, das war jetzt mal interessant. Wie gesagt, ist ein relativ altes Video, hat sich aber eigentlich nicht viel dran geändert, bis auf diese eine Kleinigkeit. Da habe ich natürlich auch entsprechenden Hinweis eingeblendet an der Stelle. Und ansonsten ist das ja vielleicht nochmal interessant. Oder interessant für Leute, die damals noch nicht Abonnent waren und das vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, teilen, liken, erzählt, euren Freunden, unterstützt mich auf Patreon. Bis zum nächsten Mal, euer Simon. Bis zum nächsten Mal.